PUBG Battlekraut Nummer 3 Ja, Battlekraut Das ist wie Heideltraut Kennen wir doch Nicht alleine Neue Spieler sind auch mit dabei Nicht verzögert bei mir Ich hab überhaupt nicht verzögert Was ist das, was da rot ist? Le rot Auf der Fensterbank Was das ist? Könnte Cliff sein Achso, das rote auf meiner Fensterbank Das ist eine Deck hier Jepp Na guti, dann Ich mich nicht nach hinten lehnt Oh, herrlich Nice Achso, ich soll es nach Ready tun Ah, okay, ich wollte gerade sagen Daniel hat es jetzt wieder hier Ist aber FTP, ne? Du, hab ich kein Problem damit Ich dachte jetzt Hm Geht zur Zeit so oder so Irgendwie lieber FTP Zur Zeit irgendwie, keine Ahnung Mach's nerf an Ich hab'n Red Hat Ich hab'n Red Hat Red Hat Ja, das war nicht mal Absicht Er war einfach da Ja, ist doch egal Irregal Egal Den Typen ist es jetzt auch egal Der Typ Ja, schießt euch gegen die Welt ab Wuhu Wuhu Halt damit Oh, erstes Game Das ist ja Ja, das ist ja Jede Waffe ist los Genau, einfach mal alles aufsammeln Hab' ich mal gemacht Die waren alle übelst angepisst Wohin weil du die Waffen immer auf den Boden geschmissen hast Nö Ich hab' einfach die Muppeln alle aufgehoben Boah, du bist voll gemein Das ist nicht nett Nö Nett ist auch nicht mein Name Ey, Arschloch Ha Ja Military Base? Nein, Mann Grauserstadt? Oh, naja Was? Grauserstadt? Nö, Wasserstadt Ach, Wasserstadt Also ich wär' ja Was mit Horstvital? Oder Query? Also Query wär' auch ganz gut Ja gut, dann Query? Hab' mir da nie im Leben Doch, müssen wir aber jetzt gleich raus 3, 2, 1, raus Nach oben gucken Gründen Boah, ob wir das schaffen, McQuery Ja, wir müssen den Fall schon ein bisschen vorher Ungefähr, wenn wir auf der Hälfte sind Von der Anzeige, die du links hast Also ich zieh' jetzt, so schaff' ich nicht Ja, jetzt Ungefähr Und dann musst du zwischen 3,5 und 5,5 bleiben Boah, das schaff' ich nie im Leben Ach, doch Wird schön Guck mal, wir sind nur fast da Haben wir denn Gesellschaft? Ne Mensch, die nächste Runde, wo wir fast alleine sind Ne, schaff' ich nicht Also ich geh' hier links ab Ich geh' hier links ab Das ist irgendwo hier Ja Ja gut, dann treffen wir uns halt alle Bei gelb, bei gelb Oder wir treffen uns Query, ja, können wir auch machen Also ich bin jetzt bei gelb Ja, perfekt Ich bin auch bei gelb Also jetzt gleich Ich seh' zwar keinen Auto, aber Wir haben zwei gesunde Beine Ach, ich würd's dort so'n Query schaffen, ob ich noch das geht Oh, fast person Oh, Medic Was geht? So, kann man gucken Ne, weit und breit ist auch kein anderer Spieler Sehr gut Es gibt noch keine verrückten Leute wie uns, die so weit fliegen Besonders wenn die Zone Richtung Norden ruft Ey, was ist denn das? Eine ganze Halle, wo nix drin ist, außer eine Zwererweste? Das gibt's doch nicht Ich bin froh, dass du eine Zweierweste bekommen hast Ich hab' nur eine Zweierweste Ich hab' nur eine Zweierweste Grausam Ich mein' das so unfair Ach, geh' ich sterben Falls jemand der wegdorf hat, der sagt mir Bescheid Ich muss sie gern Oh, Punkstiebe Ach, brauchen wir nicht Schön, keine Waffe gefunden, aber ein Vierfachsucher, okay Ach, das hab' nur Rundpunktisier, aktuell Warst du schon beide Häuser? Ja, hab' ich Die Pistole, die da lag Du brauchst nicht ne, weil ich ehle hab' schon Was hab' What a fire, I know man Machst du dir aufzus singen? Du warst noch eine Stufe eins, wirst du? Entschuldigung, ich kann eigentlich nix Aber das bin ich jetzt nix Ich lauf' mal zu Kasten rüber Ja, hier nicht nur Uzi ohne Mumpeln, ohne alles Ich hab' ihn gar nicht verstanden Hier auf dem Dach liegt noch Niveau und P, mit Munition und Rotpunktisier Wo? Bei wem? Bei mir auf dem Dach Metallerkopf? Jawoll Ja, komm mal Metallerkopf Der Metalhead Der Metalhead Metallerkopf Wann kann ich so viel aufheben hier? Das versteh' ich jetzt grad nicht Auf dem Dach sagst du Hast du schon den Containernkasten? Ich war überall schon, alles gelootet Auch hinten die Häuser? Ich geh' zum Quarry Ja, ich bin einmal Ich bin einmal umbelungen Wurde den Kultagkriegen sehen, zufällig in irgendeinem Haus? Ich brauch' auch noch einen Ja Aber Basti, lieber mein Gesang als Devas, oder? Hey, Deva kann singen, okay? Ne, also, ne, sorry Du weißt schon, dass wir live sind und ich dieses Video dann später bearbeite und bei YouTube hochlaute und Deva es sehen kann Ach, die wurde der Kultagkriegen Hey Deva! So ein Rucksack wäre mal ganz sexy Eine M4 gefunden Ja, ja, da gebe ich dir völlig recht Okay, wenn du drüber bist Ähm, wir müssen auch mal gucken, dass wir irgendwie eine Karre oder sowas finden Hier ist eine Stufe 2 Reste Kasten, hast du einen Vorteil? Äh, hier unten liegt noch ein 4er Sucher Wo unten? Hier, wo ich bin Gut, ich komme, ich habe nämlich eine Karre Ist bei dir irgendwo ein Rucksack? Ja, hier oben Schön 2 9 1 Kleine neben dem Nebengebäude hier, Kleider drüben In dieser kleinen Halle oder was das da ist Ah, wo ist das denn? Ja, wo ist der Vorteil? Äh, liegt es im Torraum, ja Ihr seid nicht zu schnell Hm, kein Scheiß, das kommt mit der Scheiß Letzt'ne Also wir spielen hier auch vielleicht gerade mal Oh, ich habe noch einen 4er Sucher, weil es dann jemand möchte Ja, ich bitte nehmen Kannst du mitnehmen? Ja klar, na klar Schön eingesackt Wollen wir jetzt noch irgendwo ein Rucksack? Ne, ne Was die, wenn du kein Medikett hast Hab genug Ich habe noch gar keins Bei mir? Auf diesem blauen Turm oder was das hier ist? Ja, ich komme jetzt erstmal zu euch gerannt Ich gehe jetzt mal in allen Gebäuden vorbei So Ja Du wolltest das da, oder? Ja, genau Ja, scheiße Nö, nimm beide Ja, ich habe gerade einen Rucksack Ich kann nicht beide nehmen Aber warte, ich gehe mal hin Schmeiß das mal Ne, ich habe jetzt den Schlitten Wir müssen nicht einfach mal bewegen Die Zone kommen Hier liegt eine Rucksack hier, hier ist jetzt Überall Ah, sehr gut Ja gut Ach, hier nicht so mischt er mit Ist da irgendwo ein Auto? Ja, dann haben wir jetzt ein Problem Die Zone kommt, ja Wir müssen Das war der erste Zone, aber Ah, ernsthaft? Ich komme da bitte nicht hoch, ey Ficke mich! Ficke dich! Ist das mit mehr Liebe ausgesprochen? Ficke mich! Ja, passt Ich möchte, wie man da hochkommt Oh mein Gott Ja, müssen ja eigentlich bloß an der Straße dann laufen Dann gibt es hier Autos Oh, eine ganze Sanitäts-Tasche Nichts, die haben? Äh, ich habe eine erste Hilfe Für Koffer und Sanitäts-Tasche Uzi mit Money liegt hier noch, Helle? Ach, Uzi, nehme ich So, auch in der Auto Ich lebe jetzt mal hier gerade durch Und schaue mal, ob ich da irgendwo ein Auto finde An der Straße müssten immer welche sein Ja, sicher, aber Wir brauchen ja fix ihn Sie ist ja bald da, das Zeug Na dann fix mal weiter Aber irgendwie gibt es hier keinen Suppressor Sehe ich Falsch Gibt's doch nicht, kein Auto Die liebe Koffer Das hätte ich auch noch nicht Dass ich hier noch nicht ein Auto gefunden habe Das liegt daran, dass wir nicht an der Straße laufen Wir hätten da unten zur Brücke Richtung Military laufen müssen Da stehen 10.000 Autos Wir können ja immer noch nach unten gehen oder laufen Obwohl Die Zone kommt, ne Wir müssen einfach nur zu einer Straße Ja, lass mal lieber nach rechts laufen Nach rechts? Also Richtung Gelb wieder? Richtung Zone halt Mach einfach, ich mach mein Ding Ich schwing mein Ding Weißt du, ich spiel hier eine Frau, ne Also bitte Oh, ein Dreierhelm Genau, das ist schon mal Tony kommt gleich Ah, ich hab ein Dreierhelm Wachtschön Ich hab so viel mehr Deck, Alter Ich könnte mich aus Ich geb mir das hier dazu nicht boosten Bei dir dürfte ja jetzt schon angekommen sein, oder? Noch nicht, aber ich seh sie schon Nein, die geht's nicht raus Jetzt bist du hinüber Ah, zwei Bänken, lass zwei Energy Ich guck's mich mal Ernsthaft, das kann Tony, warte? An der Farm vielleicht? Da hinten? Noch hinloben Riskieren wir jetzt mal Wir sind eh wahrscheinlich zu spät Blödes Motorrad würde ja schon mal ausreißen Wirst du, Taxi fahren können? Ja, dass man hin und her fahren kann, ne? Mhm Okay, da ist sie Die Zone Mhm Die erste macht zwar noch nicht so viel Damage, aber ist trotzdem nervig Und die macht doch schon ganz schön Naja, mit der Zeit Ai, ai, ai Ist das ein Auto? Ne Ne, 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 ne Verarscht Da, da ist ein Jeep, oder? Ist ein Jeep, ist es? Ja, wir haben ein Jeep, uhu Ja, Gott sei Dank Bleib stehen, bleib stehen, das kann man Ist das denn? Ja Ja, vor knapp Ja, vor knapp Ja, komm, holen wir ihn nochmal ab Fahrt raus, fahrt raus Fahrt raus, alles gut Warte auf, ich setze euch in der Zone ab Nein, wir marschieren dann schon mal langsam weiter Aber es spielt passiv Fahrt raus dorthin, zum Blauen Nordöstlich Zu Blau, genau Perfekt Zwei Minuten 40 Kommt die nächste Zone Was? Fahrst du, fahrst du gleich mal in die nächste Zone Gleich rein Also wir haben jetzt hier eingehalten Und Erstmal kurz liegen Medikitt oder so Wenn man geiler Warum vergesst du eigentlich alle immer noch eine Tür zu öffnen? Jedes Haus hat Türen Viele Türen Du hast ja UPM, ne? Ja UMP, hier, um zu den Munition Liegt bei mir Na hier auf dem Gang Gut, danke Aber eigentlich man, das ist das Lager So Wir decken noch einster Rücksack Wir sollen schon mal vorgehen, ne? Hast du gesagt, oder? Haber gesagt Ich denke mal, er wird dich irgendwie in Auto krallen oder so Schaffst du es noch, Basti? Oder soll ich die abholen? Ich suche gerade das Auto Hast du eins? Noch nicht Noch nicht Aber ich habe eine SKS gefunden Ja, das bringt mir Ich leg eine holocrables Visier Soll ich die abholen? Ne, ne? Ja, wäre super Aber ich sehe gerade nichts Wenn ich was sehe, gebe ich dir noch einen Schaden Ich hole den Fix ab Ja, okay Eine Minute kommt schon die nächste Zone Ah, wir sind in der roten Zone Ja, das ist aber nicht direkt Das hilft also bei euch sind Spieler in der Nähe Ui Aber lass mich kurz Okay Ja, komm, fahr Wir sind dann auch demnächst gleich weiter Zwei Helm, geil Ich werfe dir die Sanitäts-Tasche raus Die ganze dann gleich immer nehmen Zum Komplettieren Ähm, ein Auto? Seitdem bist du das? Bin ich, ja Warte, schön Ja, okay Dann lass doch direkt auch Kann ich mal einsteigen Ich gehe jetzt So, hier hast du eine Sanitäts-Tasche Hat jemand eine Weste? Äh, in Laden Warte, hier brauchst du eine Sanitäts-Tasche, oder hast du? Nein, hab ich nicht Na hier Ich habe eine Stufe für den Weste Äh, ich habe eine Stufe für den Weste Ja, wäre so gewesen, als ob ich etwas in der Weste keine Weste hatte Hier liegt eine Erste-Hilfe-Kocher bei mir, wenn er will Kann das sich gerne einverleiben Wo der? Wo der? Hier, hier bei mir Korraksus Direkt vor mir Ich nehme sie mal mit Ja Weiter zur nächsten Kone Hat jemand irgendetwas für Sniper-Reisen? Achso Wo ist sie denn? Oh, die ist schon wieder da, Alter Christian, den lässt du hier jetzt? Ähm, Farber guck, dass du hier oder sowas hinkommst, ne? Also nicht direkt durch die Stadt Ja, markiert mir, markiert mir in Rot Äh, gelb Ja, gelb oder grün, ja Genau, fahr jetzt einfach immer gerade aus die Straße entlang Du kommst genau Diesen Wanderweg Du rückst nicht mehr so auf die Pelle Ich geh mal weg Kuschelbedürfnis auf dem Rücksitz, oder was? Ist das süß? Nein, ist das süß Hi Rechte Likes, übrigens Sind zu Ne, da hinten ist offen Also weiter von Achso, ja Da, wo ich mir demarkiert hab, wird wahrscheinlich auch schon offen sein Safe Und zwar wär das hier Aber, bikarevoll Hier ist auch offen Ja Also woanders hin Ey, wo willst du denn jetzt noch hin? Hier wird schon alles gelootet sein Kann dir nochmal hier rummarkieren, grün Na dann gehen wir zu bringen Aber da wird halt auch offen sein, definitiv Definitiv Oh, da kommt ein Loot Ja, aber ich will jetzt nicht unbedingt da hinfahren, weil du weißt, das werden definitiv ein Gegner sein Wie sieht's hier offen aus? Zu, zu, offen Hier ist offen auch Warte, warte, ich bin grad draußen, ich gucke Oh mein Alter Ne, hier ist alles zu Ne, da oben ist offen Na ja, hier waren definitiv Leute Aber das ist erstmal wurscht, ich heimische Äh, Meta, äh, Tom, brauchst du irgendeine Schüsse aus 30, Norden Ja, ja Da wird irgendwo wird geballert, ne Oh, aus Mediket Ja Danke Kein Thema Ach man, ich brauche gleich ein paar Verbände hier Das ist nur ein Köcher Außer jemand spielt mit Armbrust Das ist, äh, Helmut Tell Ne, wie heißt er? Auto Ja Unten an der Straße Wo? Drei Leute, äh, ja, 105, die fahren weiter, die fahren zum Job Also nicht drauf gehen? Die sind schon weg Ja Ich hätte noch, äh, bisschen 7mm money wenn du braucht Für eine AKM Wenn sie mir brauchst, nehme ich sie Dann kommen wir zur Co-Praxis Wir müssen auch gleich wieder in die Zone, ne? Warte, ich hab Naja, lass es mal gleich move'n Zu wenig Zeug für ein fett Fight Mensch Bei uns ist ein Auto Ich bin, äh, bei Osten 105 Und? Ja, ist, 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 ist Wir werden da vorne an den Häusern falten Ich würde aber lieber sagen, move'n ist das Fahren Willst du move'n? Jaaah Dann müssen wir aber jetzt move'n, weil 40 Sekunden Und jetzt, ne, fahren alter, fahr'n, die Zone ist zu weit weg Na dann fahr'n mal halt Wohin Fahr erst mal nach Nord-Osten Ich markier Rot Ja, ich würde jetzt nicht unbedingt dann im Dorf da vorbei fahren oder... Jaa, das ist eben das Rot-Markierte Ich hab Grün markiert, fahr'n mal zu Grün Und da sind wir schön auf dem Hügel in der Zone Könnt'n wir vielleicht ein bisschen was bereiß'n Okay, laufen. Danke. Danke fürs mitnehmen. Hier ist noch ein Auto. Umsteigen, bitte. Wie gut. Hat das wirklich funktioniert? Okay, ganz. Da, wo ich hinfahre, könnten Leute sein, weil es halt wieder auf dem Bügel ist. Ich sehe halt gar nichts durch die Karre, oder? Ja, das ist scheiße. Da vorne würde ich gerne laufen. Ich würde die Straße laufen, oder? Wir sind eh wieder in der Zone drin. Naja, deswegen. Ich würde jetzt das Auto hier abstellen und wir laufen mit dem Bügel anklang. Ja, hier hätte ich jetzt vielleicht nicht geparkt, so public. Ist egal. Ich hätte auch hucken müssen. Hallo, du. Hallo. Falls noch jemand eine Sunny-Tasche brauche, ich habe noch 3er. Sunny oder Medic? Äh, First State. First State. Ah, Sanitätstaschen, 3 Stück. War auch noch sehr geil. Ich hätte gerne einen Suppressor. Also ich habe eine Sanitätstasche und eine Sanitätstasche und zwei Essen. Verstehe ich. Die nächste Zone. Die Schlüssel von hinten? Ja. Direkt hinter uns. Auto kommt. ein Auto? Gemüseregel. Für uns. Vorbei. Schwer. Wollen wir drauf polzen? Hab zwei Hits gemacht. Ja ich hab auch mindestens einen getroffen. Also ich hab auch einen getroffen. Die werden da vorne in den Neustern anhalten und sich hochhalten und uns abschießen wollen. Brieg Haare voll und da vorne ist der scheiß Bunker. Ich hasse es. Hier liegt noch ein Holo, falls noch jemand ein Video braucht. Oh die dann bestimmt. Irgendwer ist bestimmt in den Bunker. Ja definitiv. Geht's jetzt auch im Bunker? Nee ich geh da nicht rein. Ich laufe hin mal her, weil wir hier hatten noch ein bisschen Schutz. Kann man da reingehen? Ja aber da werden Leute drin sein. Aber die müssen ja auch rauskommen. Ja irgendwann ja. Wollen wir uns doch nicht irgendwo postieren in der Zone? Ja da wo ich bin. Direkt an den Steinen. Da vorne da unten in den Häusern direkt 330 sind Leute. Garsten deckst du nach hinten im Moment ab? Ja sicher. Ich muss halt bloß erstmal in die Zone kommen. Ja sicher. Ich muss halt bloß erstmal in die Zone kommen. Gutsch. creepcom Wer uns recyceliert wurde? Iiiiiiiiiiiii entitled Verkaufsster der flü saber Auto? Da hinten! Ja, da ist ein Auto. Der ist genau zwischen... Genau bei unten. Tot. Den im Auto? Ja, im Auto ist tot. Ok, jetzt. Wie gesagt, zwischen 105 und... Wo war das? Ich weiß nicht mehr. Wie, glaube ich. Nein. Die sind bei 75 jetzt da, circa. Einer tot. Schön, schön, schön. Du hast ne Bratpfanne. Überraschend. Auto kommt. Also Motorrad. Also wenn mich nicht alles täuscht, hat grad einer über den Wiedel darüber gesprochen. Aber nehmt erst... sammelt erst mal ein bisschen. Also wir haben fette... also ich hab eigentlich also fette, coole Sachen dabei gehabt. Ich hab mich schon gekallt. Außer euch leben noch elf. Sie ist entweder immer alleine. Wo wollen wir hin? Wo wollen wir hin? Wir sollten auch glaube ich langsam mich ganz bewegen hier. Muchen, ja. Gehst du zum Auto? Oh. Oh, von oben oben. Da wird eh geschockt. Oh, ich auch. Braucht mich bloß den Blut. Ja, wie die Staub drohen. Ich vermutlich, ich vermischen. Nicht doch. Ich vermisse. Da hat' nur ein Abm gehabt. Kann. Könnte ihn hin und den Hügel gehen? Ich vermisse. Kann er zu können. Die sind ja weg. ruf am besten würde bei der buch ist genau so dahin wo der hügel ist direkt bei mit so oder so die zöne in dem hinterher und schießt mit dem rücken alter krass ich kann nichts machen alter dreckszone und ich habe eine abm schade ich hab gut punkte 134 zu wenig nur ein kill kreis verziehe nach oben was die idee ist kein anime gewesen was ich glaube ich habe ein marvel so gefaut ach marvel defenders richtig will ich auch noch anfangen ja ich hab's schon wieder zu ende letzte folge bin ready ja ich auch katt ich mich an dass die gamescom-kisten nicht mehr da sind ja wieso ich hab noch zwei stück najaa gitte wir haben eh bloß denk ich mal nicht dass die jetzt auf 5€ hochsteigen rede ich doch auch mit den anderen für deine frau im untergrund die ist es nein 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 ich hab's gerade arbeiten na dann Oh, ist die Thompson. Ist ja mal so beschissen, die Thompson. Hm? Kassel. Noch mal. Wut, 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 wut. Wut, wut, wut. Wut, wut. So, wohin? Über die Schule. Ja, naja, wenn viele gehen, aber das wird nicht schnelleren, ey. Schule gehen hundertprozentig noch mehr. Na, also wohin jetzt? Das, naja. Na dann. Gut, dann bin ich raus. Gut, dann bin ich raus, all der vier. Also gehen wir jetzt zu... Grün, blau, äh, grün, gelb und rot. Ja, ich schnapp mal einfach einen von euch. Obwohl ich hier echt kein Schwein bei uns gerade sehe, also... Das kommt noch. Ich lande hinten bei den Pussenhäusern. Wow, ich ist echt kein... Ey, wir sind echt relativ alleine. Das heißt relativ, wir sind alleine. Supergeil. Das heißt, wir kriegen den Ninja-Loot überhaupt. Ja. Bin hinten bei den Pussenhäusern. Das wär's ja. Das wird auch Zone sein, das wär ein Trailer. Das wird auch Zone sein. Finde ich nicht so ganz. Hoffen wir es mal. Doch, doch, glaubst mir. Trust me. Schön, das erste, was ich finde, Machete. Oh, Machete. Wenn ich jetzt schon die Qual der Wahl habe, nehme ich nicht jeden Scheiß mit hier. Bei so viel Gebäuden. Ach, Rauchgranate wollte ich doch gar nicht. So, Zone, spiel mit uns. Komm, als hätten wir so viel Glück. Endlich nicht die UMP. So. Ich habe... Oh, nice. Voll in der Zone. Hab ich doch gesagt. Lexi. Das ist auch bloß Crap hier. Ich schnieg den Mantel. Können wir in den Bild? Ich glaube, ich bin sicher, als habe er trotzdem mal geschrot mit, bevor da gleich einer auftaucht. Ja, in den Häusern wird es sinnvoll sein, aber so. Oh, scheiße, Schrot. Nee, Schrot scheiße, ich trau. Schrotzack, ich brauche ein Bad Pack. Bad Pack? Ein Bad Pack. Bad Pack? Oder ein Jack Pack? Jack Pack werden aber nicht immer gleich. Begeben, du. Polzisches Gerät? Hä, hä, hä. Ja, ich habe auch nur bis jetzt eine OCR. Ja, ich habe bloß eine UMP. Und eine M4 wieder. Na, endlich. Zweifach, Skorp. Oh, nice. Artikalkraft. AKM, wie geil ist das denn? Hochstagsstufe 2. Yeah. Ach, beste Stufe 2. Yeah. Ich habe trotzdem ein bisschen Angst, dass der gleich schon ein anderer kommt und uns tötet. Ich weiß, wer eine Sniper-Arrival finden sollte, ich habe einen Kompon-Zauber, was weiß ich noch. Rotpunkt. Also eine geile Waffe habe ich immer noch nicht gefunden. Gibt es eine AKM gefunden? Weiß ich nicht hin. UMG und L4, was will ich mehr? Ich habe nie gestießen, habe ich hier. Und hast nie Gas. Das ist Sandaletten. Das ist Sandaletten. Ah, weh. Ein Bio-Latschen, Jürgen. Nö. Ha, Mensch, du. Eine Bratwalle. Also ich kann Leute mit einem Energy töten jetzt. Überdruck. Für die SR habe ich hier alles, außer Schali jetzt gerade, aber ansonsten alles. Außer eine SR. Braucht jetzt nur noch einen Kompensator oder einen Silenzer? Für mich ist das ein Weyerhelm, aber ich denke mal, dass ich das hier da finden. In dieser DDR gibt es nichts hier. Ich habe noch einen Kompensator für die SR. Was hast du jetzt gesagt? In der DDR gibt es nicht hier, oder was? Ja, hier sind zwei Rucksäcke. Ich habe noch viele Bananen gefunden. Ich brauche Bananen, Junge. Der AKP kommt wieder. Einmal im Monat mit den Bananen komplett anfahren. Bananen fürs Volk. Da bin ich schon mal mit meinem Papa da hingefahren, denn da haben wir noch bei 9 gekürzt. Bei mir leckt es wie Atze hier gerade. Ich habe immer noch keine vernünftige Waffe. Ich habe eine UMP und eine M4. Nimm mal noch. Und nicht der Kleine. Rucksack Stufe 2. Du Földing ist hier. Ein Mündungsfeuerraum. Erweitertes Magazin für DMP. Das will ich schrauben. Hä? Ich mach's weg. Was ist denn da nicht? Raus. Bei mir sind es Stufe 2 Rucksack. Hat denke ich jeder, oder? Nee. Äh, wo? Obwohl, nee, warte, ich hab da noch ein Rügelholz daneben. Oh, first person macht mich gerade irgendwie fertig, Alter. Ui. Ich würde sagen, was ich immer noch nicht gekürzt habe. Ich hab nur Quäb. Ja, coole Waffe, immer noch nicht. Schnellwächse noch mal 10. Tschüss, gut. Oh, Bitches hab ich genug. Ich bräuchte einen Silencer. Falls jemand irgendwie so einen Silencer... Äh, ich hab einen für eine Pistel, aber... Oder kannst du den draufsetzen? Nee. Vier mal suchen. Nice. Ich bräuchte mal eine Zwei-Klasse. Oh, hier liegt der Vector. Machete. Ich würde gern das gar oder sowas. Red, dort... Du für drei, geil. Zwei, ein, sieben. So, braucht jemand 9mm-Money? Bräuchte mir mal, wenn's geht, äh, blaue Money mit. Diese normale Pistel-Money, diese 45er-Clip da. Bräuchte für Tipp 6. Ich hab ein taktisches Lager für eine Vector, brauchst du das? Ein taktisches Lager? Yo! Obwohl, naja, ich krieg's einfach mal mit, aber ich denk mal, das ist, die würden wir so noch finden. Ich bräuchte noch mal ein erweitertes Schnellwechsel-Magazin für die Vector. Die Pfanne. Die Pfanne ist okay? Hey, ich trinke hier am Rad, Mann. Bitte Dich! Na, gut, lösen wir weiter durchs Magazin. Naja. Der Bull-Blach ist noch nicht drin, oder? Da gibt es Crap-Lut da drin. Bei mir liegt noch eine Ska, wenn jemand haben will. Ja, bei wem? Bei Korraxis. Komm mal. Stau, das ist schön. mit muni und da hast du schon gesagt ehrlich ich hab dir was gleich dazu 60 schuss ich bin jetzt gleich bei dir äh koraxis erster und ein erdgeschoss linke seite gleich wenn du reinkommst ok taktisches lager habe ich karsten danke aber eins brauche ich noch für die m4 erdgeschoss linke seite cool hat ja auch gleich ding dazu gedroppt das erweiterte magazin ich habe die karmkost und punkte sie braucht keiner obwohl er sich mit einmal nehmen auch noch eins ich habe meine lager ja einen richtig für meine empfehlen es geht ich habe nur red dort unten wohnung ich glaube ich komme gleich mit landgranate nicht behindert aber scheiße in zweifach suche ist besser als nix ich habe ihn getroppt noch nur ein gescheites top sagt nächstes haus ich bin eigentlich ganz gut ausgerüstet bräuchte noch ein bisschen blaue muni ich bräuchte noch ein bisschen muni für dies gar nicht zufrieden wenn ich was sehe sag ich dir bescheid hier liegt noch eine ump ump würde ich auch noch nehmen mit ganzen attachments pro praxis direkt erster stock liegt die seite da muss ich mit der hessischen schrot rumrennen wobei schrot für häuserkampf äußerst geil ist aber dann auch bloß die s2fk die auto ist rot genau das grund weg das nehmen wir mit das ich habe gehofft mir eine sr zu finden lag so viel dafür eine schnippe eine sks oder so noch eine untere schaltdämpfer sr ok jetzt braucht man wirklich eine schnippe die beste 1 oder 2 2 Naka, oh shit. Was, ne Karada? Ich hab's auch hier, 7 mm Monik, falls jemand braucht. Ich, nur die AKM, es sei denn jemand anderes, brauchst du auch. Wenn du ne blaue gibst, dafür. Also ich, ich glaub's ja nicht jetzt hier. Was blauert die ACP? Ja, die 45er. Ja, hab ich bloß 20 Stück. Äh. Nächste Zone, wie weit? 15 Stück, 15 Stück, 15 Stück, da sehe ich gerade. Ne, ich lass das jetzt so hier, ich hab hier 88 Schuss, ne mal, hopp. Also ich hab'n Schalli und'n Kompensator, scheiß auf Kompensator, Schalli ist wichtiger. Was bringt dann der Kompensator? Oh, danke. Naja, kompensiert den Schuss, auf klar Deutsch, ähm, der ist, du hast nicht so'n hohe, äh, ja, so'n hohen Bullet Drop. Hä, nee, du, ähm. Mh, nee, 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 nee. Nee, 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 so'n is, ja. Du hast, du hast die Streuung, du hast weniger Streuung. Oh mein Gott, mich hat's fast erwischt. Ich hab' mir da aber wehne Scheiße. Ach, Mündungstreuer, Dämpfer, ist viel besser. Macht's doch was, er solltest mir doch scheißegal. Für die UMP, wenn du mehr Munizierung brauchst, ich habe 300 Schuss. Das ist jetzt hier mein letztes Harvest, dann hab ich die Schnalze beigegeben. Bei mir liegt auch noch für SCAR, nicht für SCAR, sondern UMP. Ich höre ein Auto. MP nehme ich, nehme ich, nehme ich für meine Vector. Perfekt. Wir sind noch in der Zone? Ne, wir sind noch in der Zone. Aber die kommt erst in einer Minute und wir müssen nicht weit laufen. Scheiße, ich bin so überladen, Alter. Das Einzige, was ich gerade noch suche, ist eine Pfanne oder so. Also ich hätte gern noch ein bisschen Munition für meine SCAR. Hier ist ein Rucksack mit drei bei Corazis. Hammer, nein. Hammer, Hammer, Hammer. Hammer, 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 Tomei. Ich habe einen Dreier-Rucksack und bin überladen. Ich muss mal vorstellen. Man kann halt nicht alles mitnehmen. Wo war denn der Rucksack? Oben, oder was? Oben, ja. Ganz oben. Zweiter Stock. Linke Seite. Also die zwei Häuser kannst du mal machen, aber dann weiter hinten da. Die Puzzle Häuser, die hab ich gelooded. Ich hab nochmal zwei mal ACP Munition. Ok. Denk du bloß Bescheid weiß ich nicht, dass du dich wundest, warum da hinten dann offen ist. Ist der der Dreier-Rucksack? Wo ist er hier, oder was? Er ist unten, einen Stock-Tiefer. Du brauchst doch die blaue Munition, oder? ah die blaue ja und hier ist noch grüner für dich ne ich hab genug ich hab wirklich mehr als genug ich hab ich hab genug ne ich bin voll so wo war der hochsack eins tiefer ein stark tiefer selber raum direkt vorne gleich so leute ich bin voll zone breitet sich aus muss laufen was immer noch ein rot und krisier oder so was gerade nicht mehr also gehen wir mal weiter stufe drei west oder stufe zwei weste wird mir auch schon mal helfen haben jetzt so viel gelootet leute ab noch mal ich bin schon bei tom bei medelhead braucht jemand noch moni für die akm hat noch 80 in petto ich hab 128 als reserve das reicht mir gibt es eigentlich für die scar auch einen schalldämpfer scar natürlich das ist der schalldämpfer für die ar automatic rifle heißt das in dem spiel ist für die für alle automatischen rifles wann wollte für die sr ich habe ich hätte jetzt alles für die sr gehabt willst du außer schalli jetzt den kann ich den könnte ich dir geben ja ich habe aber keine sr gefunden keine schalldämpfer die karabiner gehabt haben wollen so nice geht auch für die und das ganze andere die dünns alle neuen millimetern und halt in dem fall auch direkt da mit der fünften aber so ist es nicht ich habe alles raus ich habe alles raus ach so dann auch eine und gehen in blauen Container in blauen Container schmeiß ich das sieben Millimeter rein das ist auch sieben das kostet die Achter ist die Akademie Ja. So, braucht jemand ein paar Energies oder Schmerzmittel? Also, Energy hab ich gar keine. Okay, pass mal auf, ich dropp jetzt hier. Ich hab mal Energy und drei Schmerzmittel, also, wer möchte? Keine Hilfe-Koffer hab ich. Keine. Ich hab nur einen. Ich hab zwei, ich hab jetzt hier ein Schmerzmittel und den ersten Hilfe-Koffer fallen lassen im Container. Ich hab noch, äh... Ich hab noch einen Schein für eine Handfeuer-Waffe. Ne, danke. Hier hinten sind noch zwei Penkel, was... So, ist perfekt. Folge ich jetzt? Achso, ich werde das Ertauschen herstellen. So, move'n, oder? Wechselzone laufen, eine Minute haben wir. Zufällig hat keiner einen 4-Time-Scope übrig. Ne. Nur einer einen 4-Time-Scope, oder? Zwo-fach hab ich. Ich hab nur einen 4-fach. Ich hab auch bloß 12-fach gefunden. Dann muss man es auch spielen. Dann muss man es auch spielen. 200... Also bei W. Westen. An der Straße direkt oder was? Ja, ja. Okay, dann ist es ein Gesponder. Dann rät die Tür und zu. Ist sie das jemand? Ja, die Tür und zu. Ja, die Tür und zu. Wir haben sie zu. Ich weiß nicht, willst du noch mehr loken? Ich bin immer noch überfüllt. Kaum was. Haben wir noch Zeit? 20 Sekunden bis die Zone moved. Ja, ist egal. Dann... Wissen haben wir ja was. Fuck, offenes Feld, Alter. Wie zu dem blauen Haus da vorne. Seid rüber zum Südl am besten. Ja, das blaue Haus würdest du mitnehmen, oder was? Ich will erstmal nur rein, weil wir jetzt laufen, sonst etwas auf mir fällt. Schnellwechselmagazin SR. Schnellwechselmagazin SR. Oh, Gott. Helm hat jeder, ne? Was hast du geschossen? Was? Wo bist du? Das sieht aus nicht. Wann? Ne. Vrennheiser, oder? Bei der SKS. Siehst du? Sieht westen. Ja, aus den roten Häusern. Mal kurz verbinden. Wir sind auf die andere Seite, wir müssen auf die Hüte hoch. Man kann das nur nicht auf die andere Seite, oder? Wann du was machen? Entweder warten oder warten, bis die nächste Zone da muss. Vielleicht ruft sie zu uns in die Richtung. Dann lass sie mal ein bisschen abwarten, würde ich sagen. da kommt noch leute aus der zone raus aus der zone oder was ich hoffe dass noch leute aus da hinten sehe ich welche auf 120 die laufen gerade über dem hügel die werden abgeschossen von den leuten aus dem rotenhaus das heißt nicht schießen aber das wird die chancen dass wir hoch können weil jetzt sind sie gerade abgelenkt passt von der von rechts auf rechts war der typ mit der sks der dich vorlag geschossen hat ich gucke nach links nebenbei weil die müssen auch laufen und die laufen direkt zu uns also die müssen zu uns laufen ich sehe fenster erster stock rotes aus rechts die müssen eher rufen als wir dass die laufen direkt in unsere arme ja deswegen stehe ich hier passt nach hinten auf muss gerade erste hilfe machen für ein auto hinter uns er schießt man schießt den typen der warte ich habe vielfachs grob lassen wir schon wird nach der ersten haus rechts welches fenster wo es eingeschossen ist war gerade eben hinter uns ist ein auto definitiv wir müssen laufen drei zwei eins ja und laufen schaut nach rechts und fangt die leute ab die da laufen haben wir uns einfach zurück Ok, das war's. Wo kam denn der? Wie hat der... Wie hat der zu uns gesehen? Will ich mich einfach im Stich lässt? Ja, leckt mich doch! Ich werde von zwei Seiten geschossen! Ja, genau, das habt ihr davon! Leckt mich! Wie du uns einfach im Stich lässt? Ja, wie denn? Da holt du ein Interview von mich! Oh, wirklich? Es ist immer ein Befehl, wie er zwar will. Oh, meine... Ich war gerade verwirrt. Von wegen, ich bin hier das Arschloch. Was sollte ich denn machen? Uns aufheben. Wie, was schon? Da sind hinter uns welche waren und vor uns, die ob uns geschossen haben. Ja, die, die außerhalb der Zöne sind, die müssten sowieso verweckt sein auch. Ausreden zählig. So, ich bin jetzt erstmal weg. Ich denke, ich komme später nochmal. Ja, bitte liefen wir aber vorher. Ja, ja, klar. Die Leute vergessen das hier nicht gerne. Ne, ne, ne. Na gut, wie gesagt, ich bin dann später eventuell nochmal da. Wenn ihr noch im Channel seid, komme ich einfach reingluckst. Na klar, wartet. Äh, unten steht übrigens nur einer, der wartet auf Mitspielern, ne. Warte, ich sag dem mal Bescheid, oder? Schick den mal zu euch runter. Ist aber halt FDD. Ja, dann sag ich ihm nicht Bescheid. Also dann, Karl. Tschüss. Geh weg, du Scheiße. Oh, weil die hat Feierbarung? Ne, das klingt komisch. Ich bin schon längst ready. Oh, ich bin schnell in den Hohen. Oh, ich bin schnell in den Hohen. Oh. 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 Untertitelung. BR 2018 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 ich habe eine piste ich komme aus dem gelben haus oh was der hat mich erschossen das gibt es nicht ey ich komme gerade raus da schießt er mich so einen Lappen ey was dieser Dark Warden hat hier schon fünf Leute gekillt sechs sieben wie schwer killt der bitte der Ende verpiss dich mit dem Kfz oder was soll durch den Zaun und schön dagegen oh fuck da ist das schon ne das bin ich genau so hier ist einer aus dem Haus kommt einer raus das ist ein Team wie ist denn ein Team? kommt einer zum hoch na geil liegt da ohne Strom ok unter dir ist einer oder? ja gleich noch über ihm ja mach die Tür zu bring homo dies fuck ja die haben schon unten erwischt alle mann du kriegst dich du kriegst dich du kriegst dich eh mal oder was? ich hab dich immer nicht mehr auf ich hab dich immer nicht mehr auf dreckspistel dreckspistel ok eine Runde wo keiner was gefehlt hat chen oh mein gott dreckspistel oh du sehst grad in deinem stream wie du verreckt bist gell ach Danny mit dir hat man da euch schon verblieben ja ach der Dain aha dein D na komm ladet ihn ein und auf gehts ja ich such ihn doch schon er ist schon der Lobby hat doch schon ihn weiter dein D ist aber nicht mein D es ist dein D ist aber FTP ne ich hoffe du hast da kein Problem ja mach doch und ich stream gerade nebenbei ne alles gut ja er filmt sich wie er professionell spielt ich würde dir jetzt gerne einen Stinkefinger zeigen aber ich tu das jetzt nicht im live stream nicht also wir, wir pußt bei einem Set ja ich pußt mich jonge pußt jonge pußt so komm ach so das war ich tschuldigung bin der abgarten rauchen mal wieder mach weiter rauchen seit wann trinkt der wirklich die kleinen oh gott entschuldigung ja raus damit ne jetzt hab ich rausgemacht jetzt hab ich rausgemacht guck Chloris na hab ich oder mh warum leckt denn das jetzt deine so hässliche Da ist nicht gay. So, Flattern. Hier ist die Endbestimmung. Freezer. Ja, ich hab einen Pfeil direkt im Kopf. Auf einer Sicht. Witzig. I'm a unicorn. Tschüss. So, geh mal hin. Wo wolltest du denn hier raus? Boczynski. Hast du Boczynski? Boczynski, genau. Ja, okay. Und 3, 2, 1, raus. Ach, das schriech doch nicht mal rein. Ich sehe da auch schon mal einen anderen Dude. Ich sehe keine Socke bei uns. Doch, zu mir leid, das sehe ich. Doch, sehr, ja. Ah, die sind vor uns sogar. Ja. Äh, wo gehen wir hin? Ich würde sagen. Am Anfang der Stadt. Da, wo der rote Marker ist, direkt. Oh, den Trippen sehe ich. Ich sehe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ach, du Scheibele. Ich gehe gleich bei meinen Eisern runter. Und auch wieder eine kurze Runde wir haben. Außer wir fangen die einzelnen Leute gleich ab. Das Geflagger mit den scheiß Schatten hier. Wir sind im Nordwesten gelandet. Guten Tag. Guten Tag, guten Tag, ich will mein Leben zurück. Oh, schöne Ansichten. Okay, ich kann. Gleich drücken. Ne, ich sterbe bitte. Aufhören. Hör auf. Don't do this. Ausgenockt. Ausgenockt. War aber noch ein zweiter. Oh, was? Warum leckt das bei mir so heftig? Vorsicht. Geh, danke. Ah, verdammt. Direkt bei der Straße. Vorsicht. Der geht rein in das Haus, wo ich gestorben bin. Ne, der ist nie rein. Der geht an der Seite vorbei. Links, der ist außerhalb der Stadt. Ja, gerade zu, gerade zu. Krass. Schade. Hat er die... Hat er die Schroffinde runtergenommen? Mann. Nein! Scheiße. Der hat mir grad drunter sprengt. Der tut hat uns. Auch hoch hier. Ach. Ach. Abfall. Mich da mal zu abwechselnd daneben lassen können. Ja. Mach mal hier abschießen. Ah. Mein Problem ist halt, leck die Atze und ich weiß nicht warum und das geht mir richtig in den Sack. Ich bin da in der Tür. Er kommt runter eigentlich. Koki ist noch weiter am Luten. Äh, nicht Koki, ja, dein D. Ja, ich... Du warst schon im Gefecht. Du bist abgeholt, Feigling. Quatsch. Da ist er noch. Wachen! 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 Das ist weg, Junge. Wachen kaputt, Junge. Link? Miep miep! Miep miep! Schab da den Köln! Ich hab auch geblieben! Ach, Mann, jetzt lass doch auch mal klicken! Schön heiß jetzt! Bin Re Ali? Der Ali beste? Ja, weil... Hä? Hallo, da fällt das anfangen. Jetzt bin ich reden. Habt ihr euch jetzt rausgekickt aus dem Matching? Ja. Geht. Geht, Junge, geht. Geht, Junge... Ja. Nein. Schaffst du, der 1st Ball ist im Tisch, das ist so ungewohnt. Ich wollte gerade sein, da werden viele hingehen. Shooting Range, Savinary. Ich weiß es nicht. Sagt was. Ich hätte eher gesagt Bunker oder so. Guck mal wie weh jetzt. Ich bin ja eh schon alle ab. Naja, es sind immer noch sau viele. Immer noch 4, 5 Teams. Dann müssten wir ungefähr hier so raus. 3, 2, 1. Rot oder Gelb? Ja, Gelb. Straight, Military. Kein Schwein bei uns, doch nicht dein Ernst? Ne, kann es sein. Doch, wir sind völlig allein. Du weißt schon, dass die nächste Zone mit dich zu uns moot. Sehr recht vor uns. Tatsächlich. Die Zone moot auf jeden Fall mit Military. Die wird hier über Puczynski sein. Ja. Landet hier noch irgendjemand? Sieht jemand was? Ja, IC. Ja, bei mir. Bei C-Häusern. Bei den C-Häusern? Ja, scheiße. Gerade da ist du das gut. Nach runter. Oh, 3, was denn? Eier Rucksack. Noch nicht, außer Bretter. Außer Tripper. Bretter. Hab ich schon verstanden. Nicht, außer Tripper. Toll, eine Piste. Und das ist noch Military Base. Ein Karabiner. Hä, stehst du jetzt mal auf? Oh, Mann, Mann, Mann. Oh, hat er gefunden. Ich will mich irgendwie nicht. Oh, du bist Sebastian. Meine Güte. Surprise, not the fuck. Ja, ich weiß nicht. So ein leuchtender blauer Punkt ist noch eine beste. Der legt noch ein SKS. Äh, spielt jemand mit SKS? Ja, ich. Schneid gerne. Wer hat das gesagt eigentlich? De, 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 De. De, De, De. Ich guesere. Scheiße, ich guesere zu dir. Hat er sich nicht mal gesehen? Nein, freindlich. Ja, ich lösse in dem C-Gebiet. Nee, 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 warte mal, hier müsste einer sein, hier ist ein Aroma-Gang noch, bei Blau. Naja, wenn jemand 8-fach zu hat oder so, würde ich gerne von meiner Gabi dann nehmen. Ich hab einen, der ist aber auf der SKS drauf. Ah, also hast du jetzt doch die SKS genommen? Nee, hier ist noch eine, ich hab zwei. Ach so! Ich hab auch eine SKS, da würde ich gerne die von meiner SKS nehmen. Du brauchst noch Schmizu, hast du 7-6-2? Boah, hier ist gestern. Spielst du mit 2? Nee, hab ich nicht. Warte. Wenigstens, keine Ahnung, 10 Schuss oder so. Du spielst mit 2 Sniper. Nee, ich hab bloß, wird abgenommen. Danke. Auf dem Dach, ja, bei den Puzzle-Häusern. Auf dem Dach, bei den Puzzle-Häusern. Wenn die nicht mal bewegen wird und dass man die mal sieht. Ja, und die ist die laufen, doch. Ich sehste. Ach, da hinten. Die stehen da grad rum. Ich glaub, der eine sieht mich. Ja! Wo sind die? Zwei Borg. Rufe doch. Zwei Borg, hab mal ausgenockt. Mach's mit Kopfschuss! Ha, geil! Schade, dass das kein Singleplayer ist, ne? Weil sonst wer Reds tut. Und das ohne, und das ohne Scope oder so. Ha, ha, ha. Aber nice. Ja, da ist nur noch hinterm 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 hinterm. Ja, retzt sie ihn jetzt, ne? Ach, stimmt. Für den Vorsprung. Ich versuch's hier mal zu flankieren. Auf dem Dach. Auf dem Dach sind da Wildberger. Ja. Ausgenockt. Achtung, der kommt unten. Ja, genau. Hauptschuss ausgenockt. Okay. Den hab ich getötet, ja. Ja. Ausgedockt. Sehn. Sack. Tot. Sehn. Beide? Ja. Da muss der andere. Wenn's denn tot. Mann. Eigentlich hasse ich die SKS, ganz ehrlich. Ich liebe sie. So, das war der einzige, ja? Haben wir Glück. Ah, herrlich. Da können wir ordentlich looten hier. Nicht den Container vergessen, war das denn auch voll die Atze. Der eine hatte ne VSS, ne M16. Zwei hat er gesagt. Und auch ne K, SKS. Liegt hier alles. Karabiner, hm. Ist auch ne Karabiner. Also drei Snipers sind hier. Also ihr könnt euch entscheiden. K, SKS und die VSS. Ist das Visier da? Ja. Oben auf dem Visier. Mit den Karabiner kann er nimmst. Nehm ich den. Ich brüchte unbedingt ein verschiebtes Dope. Hm? Wo ist der Karabiner? Hinten in der Kiste. Die nehmen's ja nimmst. Ist grad für gar keine. Nein, wir müssen über die Brücke drüber. Ich kann die fünf mit dem Mietermoney nicht mehr. Ich würd' nur ein Auto suchen gehen. Mhm. Ist klar. Hat der mal noch irgendwie nen Scope oder so? Nein. Wir haben noch ein bisschen Zeit zum Looten. Ja, wir müssen über die Brücke drehen, oder? Der Freier aber ist nicht schön. Kann ich scheiß Ding nehmen. Ich glaub ich hab schon Auto gefunden. Ja, vorne auf der Straße sind definitiv welche. Ach, die dürfen sehr Versuche immerhin. Wir müssen ja eigentlich noch welche rumloben, oder? Was haben wir's gebildet? Es waren drei Leute. Insgesamt. Drei haben wir getötet. Okay, ja. Das ist schon alles leer. Genau. Denken wir nicht auch nicht in den C-Gebäude sein. So, dass niemand in das bringt. Ist das eine Zweier hast du denn? Ach, ich hab ne Dreier. Na dann. Hanna hab ich auch schon. Google B hab ich auch. Versprochen. Eier und Sack. Perfekten Scope. Scope. Wer hat ein Auto? Oh, okay. Nice. Oh, Vortimescope. Schön. Ich hab bloß ein Zweier gefunden. Ich hab noch ein Zweier. Ich hab noch ein Zweier. Ja. Wer guckt denn hier? Wenn sie mal auf... Überall zwei Erresten. Nehmen wir einen Scope übrig? Egal was. Ne. Ah, Two-Time. Zweifach suchen. Wenn du möchtest. Ja. Ja, dropp ich dir. Okay. Ich spiel grad mit der AKM auf... Ey, sag ich nicht auf den Konnis. Wieder nix. Da drückt war ich auch schon. Und die Zone kommt. Ist zwar nur die erste... Ach, ich hab eben genug. Ich hab vier Erste Hilfe-Koffer, sechs Penkelas, zwei Energies. Ich hab nichts an Medizin mit. Nichts. Nichts gefunden. Habt ihr die Puzzle-Häuser schon gebootet alle? Ja, die C-Häuser. Ja. Wir sollten los. Ja. Ich glaube, ich lauf aus der Zonewelle. Auf die Richtung. Hab Zeit. War jemand schon oben auf dem... Da ist ein Metal-Thinkie da... in Frontelfen. Nein. Oh, ich hab... Ja gut, ich hab einen Zweier gefunden. Scope. Ohne M16. Ist das noch ein Vierfach-Suche? Ich schliege... Noch ein Vorteil. Kommt sie mal raus hier. Die Zone ist da. Da ist ein Haus aus der Zone. Äh... Metalhead, du hast... Du hast keinen... Äh... Kein Helm. Ich hab ihn gefunden. Carsten und so. Kommt ihr? Ja, ja. Ich lauf ja schon vor. Ey, wir sind vollkommen... Pfff. Dann müssen wir den blauen Tom hier vorne noch mitnehmen. Ich kenn doch. Und gucken, ob da vielleicht... Glücklicherweise irgendwas mal schönes kommt. Ja, du läufst natürlich wieder dahin. Pasti, danke. Wir lassen los. Ja, möglich für mich. Danke. Hauen sie raus hier. Ja, natürlich ein Dreier. Den hab ich grad gefunden. Ja, ich hätte Painkillers en masse im Angebot. Ich bin so ein Naked-Guy, weißt du? Äh... Ich bin so ein Naked-Guy, weißt du? Äh... Äh... Ich bin so ein Naked-Guy, weißt du? Prepare for some Brücke. Ja, hier. Nein, links. Also... Äh... Bikareful, ne? Weißt du ja? Ja, ja. Wir müssen. Ne, müssen... Müsst aber nicht. Jetzt sind wir schon der Selbstvermütige hier vorne. Ja. Ein Blue, da werden die da werden da. Bitte lasst es hier wenigstens die 4x Club geben für mich, ey. Klasse, schön. Alles Gucci. Was? Aus Gucci? Ist ein Gucci? Gucci. Oh, wie es wollte. Vierfachsucher. Oh, schön. Warte mit. Ne, nein. Kleine Abdrücke. Hallo, ich habe einen SKS. Ich habe einen Karabiner. Jeder hat einen Sniper außerhalb. Ich spiele mit Scar und AKM. Da liegt noch eine Scar. Ich nehme aber die Munition mit. Auch schade. Mhm. Was brauchst du denn? Du hast denn die Munition? Ich 6 Millionen. Was hast du denn? Du hast den M4. M4 mit. Mit Schalldämpfer. Du Dreckslabbe. Du Dreckslabbe. Du Dreckslabbe. Okay. So, wer hat einen Achtversucher? Genau. Bitte gucken Sie mal auf der Brücke. Andere Seite von der Brücke steht ein Jeep. Ich habe es gewusst. Wir haben hier ein Boot. Ein Boot. Ein Boot. Wir müssen jetzt dann die nächste Position. Oh, wir fahren mit dem Boot. Haben wir ein Boot hier? Ich habe keinen es gesehen. Dort hinten steht ein. Ja, Richtung 60. Na dann auf mit dem Boot. Da kommt ein Auto. Auf, 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 auf. Abschießen? Ne. Fahren über die Brücke. Oh, der ist. Können wir doch wegschießen. Ich wollte es gerade sagen. Ich wollte es gerade sagen. Ah, die fahren gerade rüber. Schön getroffen. Was hat sie denn? Sind die schon drüber gefahren? Ne, die haben wir angehalten. Wo? Ja. Welche Richtung? Club 1 haben wir aufschalten. Ne haben wir nicht. Wurde nicht auch geleuchtet. Der hat nicht angehalten. Das ist die schlechte Gesicht. Ich habe gesehen, den wir angehalten haben. Ich habe auch nicht angehalten, dass die angehalten haben. Doch, doch. Wir haben angehalten. Genau. Bei zwischen 440 und 475 sind es die von meiner Position. Genau. Ich sehe sie auch. Den Schlüssel. Ich sehe sie nicht. Aber ich sehe keinen. Die sind direkt beim Auto dahinter. Siehst du auf das Auto? Da wird das Luft. Legst du es dort. Auf die Sekunden. Wir müssen wir laufen. Verholt. Das ist gut. Das ist auch mal weg. Verholt mal einer. Das ist gut heute. Ja. Ich sitze hier. Ich sitze hier im Gebüsch und sehe kein Auto. Komm. Ich bin mir Schörter ab. Kommt ihr schon alle mal an den Rand gelaten? Dann müssen wir nicht weggehen jetzt total. Scheiße, jetzt augenehm sein. Fuck. 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 Könnt ihr rüberschwimmen? Ja, das hübsch mehr. Ja, das hübsch mehr. Deiner holt es gut und wir können schon mal rüberschwimmen. Einfach schwimmen, einfach schwimmen. Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Ja. Ey, ich hab zwei Zuschauer. Ach, der schwimmt auch. Okay, gut. Autoschwimmen, also Hände zurück und los. Schönes Boot. Oh, ist das herrlich. Dün und öfter Gasland los. Ja. Gäbeis. Wollen sie uns mal ab? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah. Eko-Mann geschwommen. Nein, die Zöne sind hinter uns. Mach halt hinne. Er kann doch nicht spüren. Jetzt wird los. Ciao, ciao. Boah, noch nicht mal Zonen schaden, alter. Hahahaha. Ob mal die Klippe. Was? An der Klippe oder was? Nein, nein, ich sag dir nur aufpassen von der Klippe. Oh mein Gott. Alexa, halt die Schnauze. Was? Ich habe zu deinem Suche gehört. Alexa. Weil es leider kein Rezept trinken kann. Versuch's doch einfach mal jetzt etwas anderes. Alexa. Stopp. Oh, wir laufen. Lass gleich in die nächste Zone laufen. Fuuuuck. Bitte, bei mir. Warte. Bist du nicht. Drei Amigos. Mit der SKS geduldigt. Was? Ja, äh. Oder ich habe ja noch einen Zweier angeboten. Ich kann nur einen Reutpunkt oder einen Flayer abgeben. Vierer baue ich leider selbst für die SKS. Ein Automobil, Kfz. 5, 5, 6er Mobil. Hat da jemand irgendwas übrig? Weiß ich Schutz wenigstens? Würde mir schon sehr weiterhelfen. Ja, bitte was hab ich. Du hast eine Alte und von der Fass. Schokolade. Ja, hallo. Ja, hallo. Ja, hallo. Junge. Du bist so ein Kack-Psycho. Schöner Lader. Noch. Ein über 30 noch. Ja. Ja. Junge. Lackungsermannisch. Mhm. Danke. Wo, Fett? Wo? Ist das Vektor irgendwo bei dir? Vektor. Näh. 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 Warte mal, da ist ein Reptort. Das ist ja nicht mehr. Vorne Handgriff, wenn ihr einen findet. Die beiden alle weggeschmissen. Die beiden haben vier. Ja, wer hat denn einen 5 und 6er für mich? Wie, was? Du brauchst das selber? Dane hat ein bisschen was. Ja. Ich brauche bloß 30 Schuss oder so, oder 15. Das reicht nicht. Dann hauptsache ein bisschen was. Kann ich hier mit dem ersten Hilfekover über? Danke. Ja, hab ich. Halt. Korraxis hat. Ja, ich hab auch zwei. Nichts, alle ziehen ja immer noch Verbände. Ich kann die zwei Energies abdrücken. Wenn ich es nicht brauche. Warte. Ich brauche nicht. Ich brauche den nicht hier. Nein, ist ein Stein. Wo? Hier draußen? Nein, nicht. Wollen wir laufen, oder? Wir sind direkt vor der Zone. Wer wollte jetzt Energy haben? Nein. Gib mir, wenn es du brauchst. Ja, warte. Hey, wieso schreibt's da nicht? Die Türen sind auf, auf jeden Fall hier oben. Äh, äh. Fanggelassen, da, 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 da. Komm, wir müssen in die Zone kommen. Ja, da muss ich noch. Bisschen. Wirst du wirklich da direkt in den Häusern vorbeilatschen, wenn da jemand noch drin ist? Dann hast du die Arschkarte. Auto? Bei mir? Fährt jetzt in die Zone. Ja, da vorne läuft einer. Ja, da vorne. 30, 15. Wird gleich bei uns sein, ja. Ich lauf zu denen gerade. Die fangen den einen gerade ab mit dem Auto. Wollen wir schießen oder nicht? Ich schieße. Ich sehe sie nicht. Schieße. Erinnerst du direkt beim Stein? Ich bin ausgenockt mit Arken. Ich sehe sie nicht mal. Ja. Verdammt. Ich schieße jetzt mal was gesagt. Ich weiß nicht, du merkst die Schüsse nicht, Crouch von dir. Okay, dann zerschießt mir meine Knechel. Hast du überhaupt was gescheites? Nein, hatte ich nicht. Junge, wenn du mich jetzt blutest, stirbst du. Okay, dann zerschießt mir meine Knechel. Nein, hatte ich nicht. Mami. Mach's auch genau, ey. Hast du noch Ersthilfe-Koffer-Arsch noch? Ja, klar. Ein ausgenockt. Geht ihn nicht mehr, mehr. Ein ausgenockt. Wieder ausgenockt in selten. Ausgenockt. Kasten, finische. Kasten, finische. Ausgenockt. Da müsst ihr tot sein. Der Läufer. Hit. Ausgenockt. Okay. Ich weiß nicht, wo der Arrest ist. Hinterm Stein war einer. Toi. Richtung Auto. Tod. Alle tot. Warum bin ich wieder tot? Ich gerne auch. Nach da unten, ja. Klar. Ich lass ihn genau hier jetzt fallen. Ich hab aber Schüsse von Westen abbekommen. Der eine rollt hier noch so schön runter. Pflup, pflup. Das sieht doch genial aus. Wo liegen die jetzt alle her? Ich hab ihn gefunden. Oder was zum Heilen, irgendwas? Ja, ich hab diesen Energies. Also, warte, ich kann ein paar rausschmeißen. Ja, hier fünf Stück hab ich rausgeschmissen. Weiße Zone. Oh, scheiße Zone. Fuck, 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 fuck. Leben das Auto, wir nehmen das Auto. Ich will schon kurz rein. Ach. Ah, fuck, 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 fuck. Leute? Ja, wir müssen. Ich weiß drauf, ich möchte die AKM jetzt nicht mehr loswerden. Der Berg ist zu steil. Ok. Der Berg ist zu steil. Ok. Ok. Das wird eng. Ja, du musst den EK anhalten. Ja, halt mal ganz kurz. Ok, ich geh drauf. Das war's. Für mich. Der Kopf ist auch profil gegangen. Ich schaffe dich auch nicht mehr. Mach zu viel Schaden. Ja, was soll's. I'm crouching. Ach, das ist ein. Ah, mein Nö. Naja, weil du uns halt alle aufgehalten haben, ist halt so. Naja, ein paar Hits hat ich gemacht. Gewollt. Ist das so gut? Naja, das sieht für ihn auch sehr schwarz aus. Außer er hat jetzt noch ein paar Medi-Tipps. Einen. Ja gut, da könntest du's grad nur so in die Tone schaffen. Aber. Kann klotzen. 13 Leute klotzen und du bist inner davon. Nice. Wieso, wieder unter dem Top Ten. Oh, das wird scharf. Ja, sehr knapp. Das wird nichts. Ok. grave. Ohoah, ey. Ohoh. Aber 3, 2 Sekunden. Ey, der letzte Rest hier anreuz. Ja, jetzt musst du gleich wieder moouven. Ich würde dir empfehlen jetzt aufzustehen und gleich zu moouven, weil das klingt ganz nix. Das hast du auch geschafft, hey, los geht's. Ne, das ist aber, will Glück. Nein, man macht dich nicht schlecht. Jetzt kommt die Zone, da laufen einer links, ja. Ah, du bist schneller als die Zone. Wo ich es drin habe. Ja, es ist. Ich kicke dich am besten irgendwo hin und warte ab. Hier gleich am Video, genau. 3 hast du überlebt? 5, 5 hast du überlebt. 5mm weischt. Bro x2 есть an So, immerhin. So, 5 Kills, immerhin. Schön, schön. Ja, ich hab leider bloß gehittet. Aber der Anfang war richtig geil, ohne Scheiß. Ich hätte gedacht, das steht mit dem Kopfschuss aus, ohne Visier, ohne alles. Und das mit der Ska, äh, mit der Ska ist. Mensch, Leute, ihr seid ja gestorben. Mhm, dritten haben wir. Das steigt doch nicht. Er kriegt doch mal jetzt den Ersten. Ja, das will ich sehen. Ready. Jetzt noch. Ah. Ah, ich hab noch 3 Sekunden Zeit, da kann ich ja mal hier hintermusen. Wird schon immer mal wissen, was da hinten ist. Da hinten hoch ins Haus. Was? Das ist geil. Ich war ja noch nie auf der ganzen Insel. Sollte ich mal erkunden. Hätte, hätte. Gibt gar keinen Loot. Äh, Militär-Race? Die Bofka? Ja. Die Bofka? Die Bofka, oder? Das ist eigentlich der Kraftwerk ist der guter Loot. Der Kraftwerk ist der guter Loot. Der Kraftwerk ist der guter Loot. Aber ich glaub, da werden viele Engel. Ja, ne. Ja, meistens zu wenig. Der vier Mann. Deswegen, wenn ich jetzt gesagt, die Bofka, aber dann müssten wir jetzt raus. Ja, dann. Dann raus. Was? Waaah? Waaah? Ich hab... ...2, 3 leider. Ja, die werden zu Prison machen. Bisschen wir denn hin? Oh! Wurz hinter? Ja. Dann müssen wir eher mal einen Reißverschuss ziehen. Das schaff ich mir. Reißleine. Das schaff ich mir mehr. Wurde den aufmachen? Nee, nein. Hab er aufgemacht? Ja. Ihr müsst eher aufmachen. Dann... Guck mal, wo ich bin. Ja, wenn du eher aufmachst, kannst du noch mal... Ja, er ist schon weit unten. Gemütlich. Haha, nicht mehr mit gemütlich. Händler rein. Smack dein Auto, was auf der Straße ist irgendwo. Ich seh jetzt von hier oben keinen. Ich stöße einfach zu euch. Da bist du auch allein... Ja. Ja, ne? Bergwerk? Ja. Ist kein anderer da. Dr. Chickenbite. Ja, wie geil ist der Name, ey. Bei mir ist noch nicht mal die Stadt... Ich hab grad übelste Legs. Bei mir ist nichts geladen. Gar kein Haus, nix. So, kann jeder eine... Kann jeder eine Lockerhalter nehmen. Geil ist das denn? Nichts ist geladen bei mir. Gar nichts. Oh, warum hab ich auf einmal übelste Legs? What the fuck? Nur Erde und ich seh hier alles, aber mehr auch nicht. Netzwerkverzögerung? Bei mir läuft alles Gucci. Ich hab grad 2er Weste drin. 2 FPS oder so? Wenn überhaupt. Ja, bei mir liegt hier eine 2er Weste und eine 3er Weste. Wir nehmen die 3er. Ne. Ah. Mensch. Was ist denn hier im Weg? Okay, sonst liegt hier noch scheiße. Bei mir liegt der Interester. Ich muss Gehördrechnung. Ich mach richtig. Was denn jetzt sind wir wieder das Problem? Geht's denn hier raus? Bei mir hat man nicht mal die Grafik geladen, also. Ja, bei mir hat nichts geladen. Ich seh hier nur Wiese. Und das Nut überall rumschweben. Also, das Podium in dem Haus ist drin eine... Genau, das Spiel neu starten. Hier ist eine VSS drin. Reconnecten, dachte ich. Ja, ja, Reconnect funktioniert. Aber normalerweise lädt die Grafik ja nach. Oh, wie schön. Wie komm ich jetzt da hoch? Ich klitsch mich einfach durch die Türen dort. Warum nicht? Oh, ich glaub, ich glaub, das Spiel meldet sich sowas in Ordnung. Dann beeil dich aber, die Zone ist genau am anderen Ende. Mhm. Ich hab schon mal zwei Schalter im Vor-MP. Ich hab'n Schalter im Vorfeld. Und nachtfach Scope. Ich hab'n Schal die vss haben später richtig gut entschuldigung für diesen stream aber ich habe keine ahnung warum ich habe mal übelste lex ja ich habe mich durch die tür hier gequitscht sind die jemand die akm ich würde sie gerne nehmen das freut ich mein spiel wieder starten kann er liegt im diner ja hier lag da eine vss habe ich doch gesehen, woher die ach, ne hä, da ist keine vss naja, in richten halt hm bitte, scheißen dreck bitte, scheißen dreck ich habe noch nichts alter, wirklich gar nichts ach, schön ich wollte gerade sagen, in der minuten müssen ich mache 30 sekunden besser naja, wo die zonne ich habe noch nichts alter, wirklich gar nichts ja gut, die zonne braucht er noch ein bisschen wo beschweren kann ich mich jetzt nicht, ich habe erstmal halbwegs vieles solch außer dort dafür ja, bei Citanistork würde ich doch nicht einspannen naja, den Citanistork möchte ich doch nicht einsparen naja, den Citanistork wollte ich doch nicht einsparen AKM bei Dane? Alles Auto-Benzin? Ich hab Benzin hier, ja. Ich hab noch eben mitgedacht. Jetzt vielleicht wirst du uns kommen. Militär-Western... Mensch, ey. Hat der aber ne MP? Ich hab grad ne MP aufgesammelt, ja. Ja, kann ich doch schon mal ein Scheitern vergeben. Ooooooh... Ich hab hier ne Rektor liegen. Ne? Mir ist eine Dex-Tasche. Ja. 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 Ja, Luke. Was da jemand in dem... ähh... ähh... ...Mapare oder was ist es? Deiner, ja. da liegt die AKM drin oh ja, wenn die keiner will, ich würd die moppeln wenigstens nein, lässt du sie liegen ja, ich brauch auch eine Waffe für Spider-Man-Spiel wieder gestaltet hat oooooh tschot, Luna also, HELLO ... ... ... ... ... ... ... warst du schon ganz vor und ganz letztes hatte ich noch nicht aus der oder will ich los? ja ich bin schon bei dahin der und ja ja fährt weg kann schon das nicht in der spiel ich bin am lade-screen Ich hab keine Waffe noch. Und Deiner lag auf die AKM. Deiner, Deiner, Deiner. Deiner, Deiner, Deiner. Auf, wo ist das Deiner? Ich bin noch unterwegs. Auf zum Deiner. Ach, links und unten ist da. Beide. Wie will ich mich hier hin zum Planpunkt? Bin da. Ich komme. Ich hab nichts, Leute. Wirklich gar nichts. Das ist die B, das tut die überhaupt. Na ja, hohe durch Röhre. Alles war einfach schon. Alles gut. Blaue, oder? Ja. Das sind wir doch irgendwie mal ein bisschen. Nettelgeblech, das ist halt komisch. Ich hab aber ein bisschen Stücke fahren, du. Gibt Stoff. Schön mit Speed fahren hier. Fährst du mit Schöpfle? Ne, mit der roten Lampe, dann ja. Da oben ist noch ein geiles Stift fahren, ey. Ach, das ist doch gleich dauer. Schrei, warum? Das ist ja gleich die nächste Zone. Und die nächste Zone kommt erst in drei Minuten. Jetzt hab ich noch ein bisschen Zeit zum löten. Geschweige denn, mich mal irgendwie... Hat jemand eine Medic-Tasche oder so? Ja. Ne. Ich hab bloß Verbände. Und ein Benzin-Ganisser. So, ich tank gleich mal den Jeep wieder voll. Kannst du jetzt hier wieder gar nicht was da reingehen? Ich bin, ich bin da. Und ich wollte es hin. Warte. Da ehrlich ich ihn noch. Danke dir. Ich zieh mich erst mal schnell. So, ich geh jetzt erst mal zum Tom. Tom, kommst du mal bitte her? Ja. Gibst du doch den Scheitern mal? Wieso? Brauchst du noch eine Awareness oder Schnell-Wechsel-Magazin? Ne, brauchst du nicht. Das hätt ich gern, wenn das... Also für die Empire oder was? Ja. Ah. Gibt da eine AKM? Na, gibt was die die Momben? Ich hab schon einmal gefunden gerade. Wollen wir gleich weiterbauen? Ja. Müssen wir. Ich hab das Lied einmal getroffen. Achso. Da wäre ein Dutch ja noch gewesen. Aber... Okay. Ah, ich hab jetzt den Jeep getankt. Ja, was weiß. Wie war's beim Fahren, dachte ich? Boah, ich hab grad Steuerung zwei, drei, vier durchgedrückt. Was? Wollen wir denn hin? Rotzakrei? Ah, nee. Rotzakrisch. Das wird richtig böse. Wasserstadt? Ruine in Wasserstadt. Ja, nein. Wo ist denn nicht? Wasserstadt sind eigentlich immer noch kurzständig. Also mit so einem Ruin. Hallo. Vielleicht hier oben hin irgendwo. Abgeschwiegen ein bisschen. Hier oder so. Was war da oben? Da müssen wir aber über die Brücke rüber. Und das werden welche kämpfen. Nein, er hat jetzt hier zu den gelben Häusern gegangen. Also gelb. Ich kann nur Wasserstadt nochmal bringen. Oh, wir waren geschossen. Von rechts. Von links. What the fuck was? Auf mein Provo, alles. Oh, vorne. Vorwärts. Lootbox. Scheiß. Seid fahren? Was? Eigentlich nicht, aber... Wird schon geplündet sein. Hier ist genau bei der Stadt, wo wir hinwollen. Ich glaube nicht. Lass mal aussteigen, oder? Alles zu. Wir müssen in Ordnung. Boah, Militärbeste 3 ist hier drinne. Und ne... Boah, was ist das bitte? Ne Kurzer. Ne Krotzer. Geil. Komm, steh auf Junge. Hier looted. Ne Militärbeste 3 ist noch drin. Ich hab schon eine. Ich hab erst ne Einser drin, oder? Ne, ich hab ne Zweier. Moment, erstmal die... Boah, Alter. Hammer, nice. Hat jemand irgendwie nen Red Dead, oder so? Ja, ich kann doch nen Holo geben. Ah, ich hab ja. Einen Vorteil. Perfekt. Hier liegt noch ne Vector, weil du noch eine Waffe brauchst. Ne, ich hab jetzt ne AKM und ne M16. Park hier drin. Wo wird? Hallo. Ja, die wollen zum Dings, zum Patch. Oh, was? Der hat ums Haus... Ich bin ausgenockt mit der M16. Fick dich! Tot. Instant tot. Instant tot, okay. Kann ich bitte jemand auch rissen? Danke. War's nur einer? Geh mal ins Haus hier, oder? Kann mich jemand hochholen? In's Haus, in's Haus, in's Haus. Schmack das... Schmack das nicht, ähm... Ich hab ja auch... Ah, ich hab mir erste Hilfe bekommen. Einer ist tot, ja. Mann! Es war nur einer. Der war instant tot. Ach, wie geht man aber... Warum geht man aber auch alleine dahin? Worteil, net dodge. Äh, hat mal jemand irgendwie so... Keine Ahnung... Dings... Wie heißt's? First Aid? Ne, kein First Aid in, äh... Energy? Genau. Komm, da müssen wir herkommen. Äh, Leute, jetzt zieh ich grad aus dem Dings raus. Warte mal, ist hier drin noch die Weste? Nein, schade. Der hat 140, äh... Sech... Sechser Muni, ne? Äh, 5 Muni. Ihr müsst euch angewöhnen, dass nur einer looted und dann aufteilt. Im Haus. Hier sind 2-Time, 2er Rucksack. Oh mein Gott. Direkt der Energy? Oh, herrlich. Danke. Oh fuck, ich hab mein 4-Time gedroppt. 2-Fach-Sucher hat jemand meinen 4-Time... 4-Fach-Sucher, genau. Ich nicht, ich hab bloß meinen 2er. Hä? Okay. Ich dachte, er hat noch ne schütten Helm? 2er? Ach nein, das war mein 8-Fach-Sucher, entschuldigung. Da kommt noch ein Auto. Die halten hier an. Sind alle in einem Haus, das ist richtig kate. Besonders ich bin nicht voll schnell in Netpack rein. Auf, ja. Ja, die gehen rechts lang. Ja, und das war ab. Wir liegen so geil in der Zone, Leute. Entschuldigung. Entschuldigung, dass du hier drin bist. Ich geh schon weiter. Ich hab ein 4, äh, ein 8-Time. Braucht jemand ein 8-Time? Du hast ein 8-Fach-Sucher? Ja, nehm ich. Wo bist du denn? Auf, auf der AKM ist ja ganz gut. Ja, ich hab ne AKM deswegen. Hello. Neuuuui. Bist du ein 2-Fach-Sucher? Ich hab ein 2-Fach und ein 4-Fach. Das reicht mir. Braucht den 2-Fach-Sucher nicht. Ich möchte noch ein bisschen AKM-Unie. Warte, warte. Also, ein Cyber-Wifel habt ihr nicht, ne? Weil ich hab hier noch ein Wangenpolster. Achtung! Oh, Schatz, 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 Schatz. Fuck, ich bin ausgenockt. Oh, oh, wo? Lauf doch mal raus! Lauf doch mal raus! Lauf die. Lauf die außen die. Lauf ins Haus rein! Bei mir ist ein Set. Nein! Ich bin ausgenockt, alter. Mikro unsiht.... Was ist denn los?! What the fack?! Ich roll jetzt überall. Naja, wir hätten von hier jetzt weggehen müssen... weil hier halt das Lootpack war, ne? OOOOOOOOH... ... du bist die Grobe! Schade! OOOOOO... Ich glaube nie, dass wir weggehen müssen. Nach so ner Zeit, dass da kennen wir mal was drin ist. Ja, das war jetzt so richtig Bullshit auch von mir. Wir waren falsch. Die Stelle war eigentlich gut, aber haben wir uns überrummeln lassen. Es kam gerade von überall, hatte ich so das Gefühl. Oh ne, zwei Sekunden oder so, dann hätte sie mich wieder hochgekriegt. Mein Pub hat sich irgendwie aufgehangen. Ja. Na gut, ich mache jetzt mit dem Stream erstmal einen Cut. Danke fürs Zuschauen, Leute. War lustig, auf jeden Fall. Besucht mich auf YouTube, wenn ihr mehr wissen wollt. Und immer wieder. Däumchen nach oben ist ein Träumchen, wisst ihr Bescheid? So, haut rein, bis zum nächsten Mal.